Wieder hoffentlich große, wie auf der Bühne gestanden. Herr Wendler, für den Vater der Zeitverlust, 22 Sekunden. Wir gratulieren Ihnen herzlich. Herr Wendler, bis Sie an Wendler. Herr Wendler, bitte. Siegerfoto. Siegerfoto. Ich bin der Portugierin Alfred Lucci. Und ich bin der Portugierin Hans-Peter Liga. Meine Damen und Herren, geschätzte Gäste, das ist das österreichische National-Pilie-Golte. Herr Präsident, gratuliere. Ich glaube, der Günther ist mir am besten. Er steht sich einfach mit hinein. Darf ich die Damen und Herren, die Spielerinnen bitte vorzulösen, zu einem großen Weihnacht. Bitte im Pokal. Nehmen Sie es bitte. Großes Schlussbild. Alle Athleten. Herr Präsident, bitte bleib auf der Bühne. Bleib auf der Bühne. Großes Schlussbild. Großes Schlussbild. Da bleibt ein Pokal. Ist das sehr für mich? Herr Robert. Herr Robert. Herr Robert. Herr Robert. Herr Robert. Das war sie. Die Wahl zum Besten Bauern nach dem 1994 der Nacht. Das war sie. Die Qualifikation zur Europameisterschaft 1994. Und das war sie. Die Qualifikation zur Regenmeisterschaft 1994. Die Sportlerinnen und Sportler, die Österreich vertreten werden und die heute hier für Sie, für das Häufel in der Aufrechten, ihr Bestes gegeben haben, In diesem Sinne verabschiede ich mich im Namen der Jury. Ich verabschiede mich im Namen des heutigen Gastgebers Günther Reischl, Präsident der NAPA Österreich. Und ich verabschiede mich natürlich im Namen aller Sportlerinnen und des Teams, das hinter den Kulissen für Sie gearbeitet hat. Und da möchte ich nicht nur den Markus, unseren sportlichen Leiter, mich bedanken, sondern auch hier beim technischen Team im neuen Rathaus zu Linz. In diesem Sinn, viel Spaß, Daumen halten, teutete heute in den nächsten 14 Tagen. Hoffentlich steht Österreich in den internationalen Medien ganz, ganz weit vorne. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, einen schönen Abend in Linz. Heiße Nächte in der Altstadt. Bis zur nächsten Veranstaltung der NAPA Österreich. Wiederschauen! Arne! 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 Arne!